Moin Moin! Heute ist der dritte siebte und damit beginnt heute der Julius Club in der Bibliothek im Medienforum und in ganz Niedersachsen. Dieses Jahr läuft alles ein kleines bisschen anders als sonst und deswegen kriegt ihr auch nur ein Video und keine Eröffnungsveranstaltung. Durch Corona dürfen wir dieses Jahr in der Bibliothek leider keine Veranstaltungen durchführen. Allerdings haben wir uns ein paar Sachen ausgedacht, die ihr machen könnt, wenn ihr beim Julius Club dabei seid. Diese Sachen sind ein Kahoot Quiz, ein Action Bound und ein digitaler Escape Room. Es lohnt sich für diese drei Sachen ein Smartphone, ein Tablet oder vielleicht ein Laptop zur Hand zu haben, um sie durchführen zu können. Das Kahoot Quiz könnt ihr noch bis zum 6.7. durchführen. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Flyer, den ihr von uns bekommt, wenn ihr euch zum Julius Club anmeldet. Sowohl das Action Bound als auch der digitale Escape Room sind ab heute für euch freigeschaltet. Auch hier kriegt ihr alle Infos in unserem Flyer. Neben den eben vorgestellten Aktionen rufen wir jede Woche für euch eine Challenge aus. Diese Challenge startet montags und endet sonntags. Ihr könnt eure Challenge Ergebnisse über soziale Medien bei uns einreichen oder natürlich per E-Mail. Wenn ihr das über soziale Medien macht, benutzt bitte gerne den Hashtag Julius Club oder Hashtag Julius Club 2020. Wir teilen auf Facebook und auf Instagram alle Sachen zum Thema Julius Club, damit ihr immer informiert seid. Ihr findet uns sowohl auf Facebook als auch auf Instagram unter BIP im Medienforum. Wir haben für euch in der Bibliothek diese Taschen vorbereitet. Da ist alles drin, was ihr für den Julius Club brauchen könnt. Wie jedes Jahr stellen wir euch beim Julius Club 100 Bücher zum Lesen und Bewerten zur Verfügung. Wenn ihr zwei Bücher gelesen und bewertet habt, habt ihr den Julius Club erfolgreich abgeschlossen und bekommt von uns ein Diplom. Wenn ihr fünf oder mehr Bücher gelesen und bewertet habt, bekommt ihr von uns ein Vierleser Diplom. Das war erstmal alles an Infos, was ich für euch habe. Damit startet jetzt der Julius Club in der Bibliothek im Medienforum. Eine kleine Sache habe ich aber noch, bevor ihr jetzt losrennt und zu uns kommt, um Bücher auszuleihen und eure Taschen abzuholen. Denkt bitte daran, dass wir momentan Beschränkungen zur Benutzung haben, die uns vorgegeben wurden vom Land. Es dürfen momentan nur fünf Personen zu uns in die Bibliothek kommen. Deswegen vermeidet es, in Gruppen zu kommen. Denkt daran, eine Maske mitzubringen. Die müsst ihr momentan nämlich bei uns aufsetzen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins übrig und zwar euch ganz viel Spaß beim Julius Club zu wünschen.